hey und herzlich willkommen hier zurück auf meisy.de heute gibt es ein neues video und zwar habe ich ein neues projekt am start der bulli ist ja jetzt erstmal nicht mehr ganz das thema da bin ich halt soweit durch aber ich habe etwas ganz spezielles und zwar haben wir schon eine werkstatt die ist aber nicht mehr das maß aller dinge und da ist auch schon ziemlich viel zeug drin aber es soll neu gebaut werden und zwar möchte ich da neue projekte realisieren und mir hier auf jeden fall auch ein ganz eigenes reich schaffen vielleicht sieht man es auch schon im hintergrund ich weiß nicht ob der fokus jetzt passt aber ja das ist auf jeden fall der stall um den es jetzt geht und ich habe mir schönes werkzeug mitgebracht da steht das gute ding schon das ist ein stemm hammer und mit dem muss ich hier diese mauer und die mauer dahinter auf jeden fall auch weg reißen sowie auch diese ganzen tröge futter tröge hier ehemalig und dann geht es stück für stück weiter geplant ist hier eine sitzecke und eine werkbank und haufenweise verstauen möglichkeiten landen kommen in die decke die wände sollen noch gestrichen werden also es ist ziemlich viel geplant und ich wollte euch einfach mal mitnehmen und wünsche euch viel spaß beim zuschauen rein bevor es hier weiter geht muss ich glaube ich erst mal ein bisschen licht und vor allem luft denn das wird hier ziemlich staubig hat auch noch nicht alles weg geräumt tatsächlich ja also so einiges zu tun auf jeden fall wie gesagt die elektrik muss komplett neu gemacht werden oder zumindest neu gelegt werden hier liegt ja auch schon stark strom bzw normaler lichtstrom an aber das ist erstmal musik verloren und wir beginnen auf jeden fall mit diesen ganzen groben arbeiten sprich wie gesagt die wände müssen raus die Futtertröge müssen raus es kommt hier ja alles eben ehrlich sozusagen und ich würde sagen wir fangen einfach an und starten direkt rein eins das und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.